Klappbare Handelbänke sind äußerst beliebt bei Studenten und Leuten mit wenig Platz. Falls du nicht weißt, was eine klappbare Handelbank ist, man kann diese Handelbänke auf ein Minimum ihre Größe zusammenklappen und können somit unter einer Couch verstaut oder gegen die Wand gelehnt werden. Das ist äußerst praktisch, wenn du Besucher erwartest oder deine Handelbank einfach gerne verstauen würdest, wenn du zusätzlich Platz benötigst. Eine klappbare Handelbank muss aber keineswegs schlechter sein als eine gewöhnliche. Ganz im Gegenteil. Auch die klappbaren Handelbänke sind mehrfach verstellbar und halten größere Belastungen aus. Darüber hinaus weisen sie oftmals ein sehr geringes Eigengewicht auf, wodurch man sie problemlos von Raum zu Raum transportieren kann. Gerade Studenten oder Leuten mit wenig Platz in der Wohnung kann ich eine solche klappbare Handelbank ganz herzlich legen. Falls der zusätzliche Platz mal gebraucht wird, kann die Handelbank schnell und unkompliziert zusammengeklappt und unter die Couch geschoben werden. Klappbare Handelbank. Worauf muss ich achten? Auf meinen Handelbank-Test-Startleiter habe ich dir aufgelistet, worauf du im Kauf einer Handelbank achten solltest. Die Kaufkriterien sind bei einer klappbaren Handelbank nicht anders. Nach wie vor solltest du folgende Frage stellen. Bis wie viel Kilo Gesamtgewicht ist die Handelbank belastbar? Kann ich das Sitz- und Rückenpolster verstellen? Wie sicher und hochwertig ist die Verarbeitung? Die Firma ProfiHantel, welche ich auf meiner Handelbank-Testseite schon mehrfach erwähnt habe, führt drei äußerst empfehlenswerte klappbare Handelbänke im Sortiment. Eine davon befindet sich im höheren, die andere im moderaten Preissegment. Bei dieser Firma musst du dir um die Kaufkriterien oben keine Gedanken machen. Die Produkte sind in der Regel bis mindestens 350 Kilo belastbar, sowie Sitz- und Rückenlehne sind mehrfach verstellbar und die Verarbeitung ist absolut hochwertig. Auch hier darf ich wieder auf eine hervorragende Bewertung des Unternehmens auf Amazon hinweisen. Hunderte sehr zufriedene Kunden. Mit den ProfiHantel-Produkten macht man nichts falsch. Alle Modelle habe ich dir unten verlinkt. Vielen Dank.